Herzlich willkommen im Jahr 2100. Wir schauen zurück auf die Klimasimulation des frühen 21. Jahrhunderts. Der Klimawandel hat unseren Städten massiv zugesetzt mit extremen Auswirkungen, die wir uns jetzt mal anschauen. Denn innerhalb der vergangenen 80 Jahre schaffte es die Weltbevölkerung nicht, auf Kohle, Öl und Gas zu verzichten. Die Temperatur in den Sommermonaten, sie ist deutlich gestiegen. In Berlin liegen sie jetzt im Vergleich zu 2017 im Schnitt um 6 Grad höher. Das heißt auch mehr heiße Tage mit über 30 Grad. 14 heiße Tage waren es damals durchschnittlich in Berlin. Heute 2100 sind es mehr als doppelt so viele, nämlich 34 Tage. Die Hitzebelastung ist sehr groß. Wir leiden immer mehr an Asthma, Herz- und Kreislaufbeschwerden. Berlins Durchschnittstemperatur lag 2017 bei 22 Grad, im Sommer heute bei 28 Grad vergleichbar mit dem damaligen Bukarest. Dabei liegt die Hauptstadt Rumäniens acht Breitengrade weiter im Süden Europas. Städte haben generell das Problem, dass sie sich stärker aufheizen als die Stadtränder. Das liegt an den dicht bebauten Wohnvierteln und versiegelten Flächen. Regelmäßig kam es zu Hitzestaus. Experten bezeichnen das als Wärmeinseleffekt. Stadtplaner entwickelten bereits 2017 Konzepte, um Berlin anzupassen. Straßen- und Häuserblocks, die die Hitze besser aus der Stadt leiten. Mehr Grünflächen wurden notwendig, auch vertikal entlang der Fassaden. Und die Starkregenereignisse wurden auch extremer. Mit jedem Grad der Wärmung stieg die Gefahr um 10 Prozent. Das Wetter ist mittlerweile extrem und das war im Sommer 2017 schon spürbar. Extreme Gewitter bringen entsprechend hohe Windstärken mit sich. Damals waren in Berlin breite Straßenzüge angelegt, mit der Folge Häufigkeit und Stärke von Orkanböen nahmen zu. Auch die Tier- und Pflanzenwelt hat sich verändert. Viele Arten sind ausgestorben und konnten sich der Hitze nicht anpassen. Die heute verbreiteten hitzeresistenten Pflanzen lösen extreme Allergien aus. Im Jahr 2017 leben sie bereits in einem veränderten Klima. Die globale Mitteltemperatur stieg in kurzer Zeit, da jahrzehntelang gigantische Mengen an Treibhausgasen ausgestoßen wurden. Ozeane versauern. Die Luft- und Meeresströmungen ändern sich. Die Arktis wird in absehbarer Zeit eisfrei und die Antarktis schmilzt. Die Gletscher schrumpfen weltweit. Grönland verliert von Jahr zu Jahr, riesige Eismengen und der Meeresspiegel steigt immer schneller. Innerhalb nur einer Menschengeneration ist die Temperatur auf der Erde rasant gestiegen. Das passiert in Erdzeitaltern gemessen in Rekordzeit. Die Erde verändert sich und das ganz klar zu unserem Nachteil. Damit diese Animation nur Fiktion bleibt, müssen wir jetzt handeln. Viel Zeit bleibt nicht. Der Klimawandel ist die Frage, die sich um die Veränderung der Welt vermittelt ab 2020 und die Welt als der Klimawandel beherrscht. Der Klimawandel ist die Zukunft nicht in Weltklimawandel. Die Klimawandel ist die Frage, die wir jetzt in den Klimawandel wieder haben. Die Klimawandel sind die Stadt, die wir in den Klimawandel umgelegt haben, die wir Wir wissen, dass im Jahr 2050 bis zum Jahr 80% der Bevölkerung im Weltkrieg wird in anderen Wohnorten, in dem die Kampf gegen den Klimawandel beginnt in den Stadt. Jetzt können wir jetzt nicht mehr so machen, die Vorteile könnten für den Medioambienten und die Qualität der Lebensqualität der Welt verletzten. Wir können diese Situation nicht mehr so realisieren. Es sind immer mehr die Stadt der Welt, die sich den Kompromiss und die Verantwortung und die Verantwortung für diese Herausforderungen beitragen. Mehr von 600 Stadtteils, die über 500 Millionen Menschen auf dem Planeten, haben sich zu ermitteln, um die Emissionen zu verabschieden, um die Klimawandel zu verabschieden. Wir müssen die Stadt-Modelle zu entwickeln, um die Stadt-Modelle zu unterstützen, Das heißt, es ermöglicht zu reduzieren, die sozialistische Gewalt zu reduzieren. Ich kenne mich an die Stadt der Welt und die Bürgerinnen, an zusammenarbeiten, um ein guter Wettbewerb zu arbeiten, für ein guter Wettbewerb zu leben. Ich bin überzeugt, dass wir mit localen, wir können globalen Wettbewerb erreichen, und eine bessere Welt für uns und für die nächsten Generationen. Untertitelung des ZDF, 2020